So, Halli Hallöchen, Hansen, PtL, willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Äh, genau, wir müssen immer noch 6 Krieger fürs Turnier besiegen. Heißt, wir dürfen Edelsteine sammeln und, ähm, und, und, und Wikinger töten. Können wir die zwei tauschen? Ne, der scheiß Eisblock ist im Weg. Okay, dann machen wir die beiden. Oh, verdammt, er kriegt auch, ähm, hm, 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 hm. Was können wir denn gut kombinieren? Ja, so viele Farben, komm, wir machen mal das Blaue. Oh, und dann können wir das Schwert kombinieren. Haha, Angriff! Oh nein, was macht er? Er macht irgendwas. Äh, nochmal ein Schwert, komm, nochmal Angriff. Voll in die Fresse. Geld brauchen wir nicht. Und davon haben wir echt zu viel. Aber wir können auch hier unten das Schwert kombinieren. Das Blaue, äh, Grün... Blaue. Das Grüne. Dann das Gelbe. Ein bisschen Edelsteine sammeln. Oh, scheiße, er kriegt Zusatz. Oh, nein! Nochmal einen Zusatz. Achtung, jetzt geht er ab. Au! Oh, der hat mehr Angriff als wir. Schweinerei. Ich will auch einen Zusatzzug. Hm. Den kriegen wir nicht so einfach. Kommt. Was? Aber ab wann kriegt man denn Überraschungsangriff? Aha. Aber wann kriegt man denn den Zusatzzug? Wenn man vier Edelsteine kombiniert? Kann das sein? Ja, nein, vielleicht. Äh, nein, dich. Ich will kein Geld. Ich will... Komm, das da. Was müssen wir denn sammeln? Drei Grüne oder so. Und was? Nein, der hat einen Heiltrank! Oh, verdammt. Okay, drei Grüne. Das geht nicht, gell? Nee. Dann blau. Ach komm, blau können wir noch sammeln. Können wir seine Fähigkeiten einfrieren. Und... Ja, nochmal einen... Nee, roter Edelsteine. Komm, jawoll. Zusatzzug. Okay. Das Geld können wir nicht... Nee, scheiße. Das können wir auch nicht irgendwie... Ach man, die Eisblöcke nerven. Was brauchen wir denn? Grüne Edelsteine können wir auch noch gut sammeln. Aber da gibt es gerade keine Zugmöglichkeit. Geld will ich nicht kombinieren. Ich will kein Geld. Ich will Schwerter. Scheiße. Okay, wir müssen das Geld kombinieren. Oh, da war ein Schwert dabei. Au. Nein, kein Zusatzzug. Verdammt. Der sammelt sich hier was an. Dann greifen wir ihn einfach... Und er nimmt den Heiltrank. Oder auch nicht. Überraschungsangriff. Und Heiltrank. Aber so viel Heiter zum Glück nicht. Was? Keine Bewegungen. Äh, okay. Ich bewege mich nicht. Keine Angst. Ja, nehm mal die Schwerte. Komm. Die leuchten mich schon so an. Aber warte, verlieren wir Edelsteine? Dann sollte ich mal die Spezialangriffe machen. Zerstör dein Quadrat. Ähm. Macht Schaden pro Edelstein. Das sind sechs... Ne, das sind sieben. Das sind acht Edelsteine. Machen wir es so. Meteor. Dusch. Gott, nein. Zusatzzug. Ähm. Was verursacht. Zehn Schaden friert. Ja, das können wir danach machen. Moment. Äh. Haben wir noch einen normalen Angriff? Ja. Und. Was kommt jetzt? Ähm. Oh, guck mal. Kriegen wir einen Zusatzzug? Haha. Wir kriegen den Zusatzzug. Dä, 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 dä. Haben wir noch irgendwo Schwerte, die wir kombinieren können? Hat euch zwei austauschen Gut, machen wir halt Okay, jetzt können wir ihn einfrieren Winterschlaf Oh nein Er haut uns So viel Geld, aber das brauchen wir gar nicht Das ist ekelhaft Ah, hier kann man einen Zusatz zu kohlen Aha Ähm, dann Ah, doch nochmal einen Zusatzzug Weil eigentlich will ich das Geld ja nicht haben Und dann Ne, das Geld will ich nicht Komm, ich kombiniere die gelben Nein, Heiltrank Er heilt sich einfach hoch Dann mit Was habe ich denn da gerade gesammelt Aber jetzt können wir ihn vielleicht killen Wenn ich Glück habe Zerstört ein Quadrat Das sind Sieben Mittelsteine Da ganz oben So Das, das Ah, scheiße, nein Er hält noch kurz aus Aber dann darf Fina den Rest machen Zerstört eine Linie Versucht sechs Schaden und irgendwas Und Oh, ich habe euch überschätzt Ich gebe mich geschlagen Das wäre der zweite Seid ihr zum Duell bereit? Yo Ich weiß schon Der ganze Part wird einfach nur mit dem Raster sein Und wir werden wieder keine vier Steine zusammenkriegen Äh Wie scheiße Was, aber er kriegt Och Mann Oh nein Was hat er denn da für einen Tornadoangriff? Oh, Zusatzzug Der Move war gut Dann Ja, ich überlege gerade Soll ich die machen? Ne, komm Ich mache einen normalen Angriff Und der macht dann gleich Was ist denn das für ein Angriff, den er da hat? Oh Gut, macht mehr Schaden Also zwei Schaden pro Schwert Und dann nochmal ein Zusatzzug Der wird sein Spezialmove nicht auspacken Der traut sich noch nicht Die könnte ich austauschen Will ich nicht Was denn vier Edelsteine? Es kann doch nicht sein, dass es keine vier Edelsteine gibt irgendwo Ich will das Geld nicht kombinieren Ich will Weltfrieden Und Ähm Scheiße, ich muss das kombinieren Ekelhaft Okay Keine Bewegung Oh, Zusatzzug Und Ah, so geht es auch übers Eck Sehr geil Hm Fien hat versucht 6 Schaden Und halt 5 LP pro Juwel Ah ja, was kann er? Verbraucht meine Anerz Und bewirkt den doppelten Schaden Ah ja, das ist okay Ich dachte, jetzt kommt er mit einem extremen OP-Move Aber Nö So, rote Edelsteine können wir nicht kombinieren Können wir blaue irgendwo kombinieren? Ne Na gut, dann müssen wir halt mehr für Fina sammeln Grüne Wieder Ich will die grünen nicht Nein, Elementarangriff Oh nein Au Wie schmerzhaft Was da unten? Das gelbe Gelb haben wir auch schon Und er kriegt den Zusatzzug Das ist nicht fair Aber wir können Mensch Aua, 14 Schaden Aber wir können 10 Schaden verursachen Nein, scheiße Er hat Den Power-Move nur nicht bereit Das lohnt sich nur nicht Man, was für ein Arsch Okay, jetzt machen wir den Power-Move Und er kriegt trotzdem den Zusatzzug Ich glaub's nicht Komm, wir machen mal das Gelbe Und er macht den Au Elementarangriff Blau haben wir wieder nix Warum haben wir denn blau? Na, komm, normalen Angriff Und da oben können wir nochmal einen Angriff starten Und So Au Warte, wir geben dir Das und halt irgendwas Oh, irgendwas Wow Halt 5 Oh Ja, dann mach dein Zusatzzug Ist mir scheißegal Wo waren wir denn? Da oben haben wir ganz viel Meteor Und er kriegt den scheiß Zusatzzug Und mach den Elementarangriff Halt 5 Ach, pro grünem Juwel Ach so Und ich frag mich auch noch Was das soll Komm, dann machen wir die oberste Reihe noch Und tot ist er Er wurde geschlagen, womöglich Tja, es tut mir leid, Kumpel So sieht's aber aus Jetzt hat er zum Duell bereit Jo Was kann er? Plus hat er Schaden plus Äh, 2 pro Rotem Juwel Verwandelt blaue Juwelen Roten Juwelen Okay Klingt auch noch Relativ fair Ich will die blauen Den Zusatzzug Hab ich natürlich voll geplant Den hab ich gesehen Nicht So Ach, scheiße Oh Oh, 12 Schaden Der spinn Oh Was war denn das für ein Move? Was? Das Geld? Ne, ich will das Geld nicht Ich will dein Geld nicht Ich will Ich will das Rote Scheiße Hab ich ihm Oh, nochmal ein Zusatzzug Okay, der wird Da wird ein heftiger Nuss Das ist alles so farbig Ähm Du Wir müssen auch mal sorgen Dass wir Zu Schaden kommen Also dass wir ihm Schaden austeilen Aber das Spiel Ach, scheiße Der hat auch wieder Einen geilen Zusatzzzug bekommen Warum kriegt er denn die Ach, das verändert Auf dem ganzen Feld Die Juwelen Oh oh Ach, 31 Schaden Okay, ich sag nie wieder Dass es fair ist Ähm Äh Ähm Das ist einfach Nicht fair Der kriegt immer Die geilen Zusatzzüge Und ich nicht Scheiße Das könnte echt kritisch werden Da hat er wieder einen Was soll denn der Scheiß Und nochmal Äh Okay Ich muss mal mehr Da, jetzt kriege ich den Zusatz Was Hallo Das waren vier Warte Wie viel macht sein Plus zwei Roten Mana Ähm Hier oben sieht es Ziemlich grün aus Soll ich das machen Was mir der Computer vorschlägt Komm ich Ich mach mal Vielleicht kriege ich einen Zusatzzug Ne Danke Computer Arsch Au Ach komm Das ist doch dämlich Ich seh die Zusatzzüge Einfach nie Ich seh immer Wo man drei Sachen Kombinieren kann Aber nie Wo man vier Sachen Kombinieren kann Ja Wahrscheinlich Sammelt der so viel Genau Oh man Komm Fri ein Arsch Ich brauch grüne Ja Dann kann ich wenigstens mit Fina kurz heilen Ähm Das sind drei grüne Ist das Der große Da ist er auch grün Ich probier's mal Göttliche Irgendwas Oh nein Er kriegt Oh Zusatzangriff Und er kann Verwandeln Was Nein Er kriegt noch Och nö Okay Ich bin tot 42 Ich wusste doch Dass ihr voll scheiße seid Höh Gut Also wir müssen ihm die gelben Kristalle wegschnappen Oh der war gut Und am besten auch die grünen Ist hier irgendwo ein Move wo ich Gut raus Ah Ah Zusatzzug Habe ich wieder fast übersehen Aber zum Glück hat's geblinkt Haha Danke Spiel Okay Aua Neun Schaden Sehe ich irgendwo ein Vierer Move Ne Ich brauch die gelben Komm ich klaue ihm das gelbe Au Und er kann halt ganz normal angreifen So ein Schwein Komm dann machen wir das auch noch Du darfst keine gelben kombinieren Und Ja ob du rote kombinierst Ist mir erstmal scheißegal Obwohl Ne die roten machen dann Den Schaden Wenn ich dich kombiniere Dann fallt ihr runter Genau Und ich kriege das Geld Und das auch noch Aha Da sind noch grüne Scheiße Er kann jetzt schon wieder verwandeln Komm ich schnapp jetzt rote Oh nein Der Zusatzzug Und er kann jetzt Oh scheiße Wenn der Oh nein Das war ein Fehler Der kriegt zu viele rote Der kriegt zu viele rote Oh nein Alter was macht denn der Was Ach komm das ist beschiss Das ist doch beschiss Komm ich geb dir den mit Ja statisch Ja ist Warte Achso plus 3 pro rote Alter das sieht man auch echt schlecht Die fragen mich grad warum ich immer so wenig Schaden mach Ich friere ihn mal Ne ich friere ihn nicht ein Da haben wir schon rote Juwelen So ein Zusatzzug Nochmal Ne scheiße Wenn er jetzt noch ein gelbes zusammenbekommt Bin ich tot Außer ich friere ihn ein Dann friere ich ihn ein Ja jetzt kann er mich theoretisch voll weg Klatschen Drei rote Vier rote Wo krieg ich denn am meisten roten Roten rote Eigentlich hier So Und er kann jetzt fett den Angriff raushauen Ja ich bin tot Tschüss Alter Was Ja jetzt hau mich doch einfach weg 94 Schaden Was Wie soll man den denn packen Ich brauch die Zusatzzüge Ich muss die echt sehen Das ist Scheiße Also Spielprinzip ist echt Echt Cool Macht Spaß Und mit den Zusatzzügen Aber Das ist so schwer zu sehen Ähm Ich krieg keinen Zusatzzug raus Was brauch ich denn Ich brauch rote Ja dann mach ich halt den gelben Ja komm Da hätte ich wieder gelb Was Ach so ein Angriff Ja gut mach ich den Angriff Komm Ja Zusatzzug Nice Den hat er mir gut eröffnet Ähm Dann nehm ich noch grün Ne ich brauch rot Ich brauch einen roten Kann ich nämlich mit Menos nachher Ich glaub Menos Angriffe sind Wenn man sie gut einsetzt Gut Ne du bringst nix Mh Warte Warte Man verwandelt blaue Juwelen in Dings Okay Blaue hat's jetzt nicht so viele Ja komm ich tausch dich Okay wir können die blauen verwandeln Aber Es hat noch gar nicht so viele blaue Jetzt hat's blaue Und Ja dann Super Äh Vier 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 Komm ich mach die unten Und noch so eins aufs Maul Oh Zusatzzug Zusatzzug Ähm Gibt's nochmal einen Zusatzzug Nein Dann mach ich nochmal mit den roten Juwelen Da hat's drei Da hat's drei Da hat's drei Soll ich die Soll ich die Soll ich die Soll ich mach die Okay Gut Er sammelt Er hat bisher kaum Möglichkeit was zu sammeln Ich krieg nochmal einen Zusatzzug Haha Jetzt hab ich den Dreh so langsam raus Und dann geb ich ihm noch eine so aufs Maul Oder Oder soll ich kurz Ich sammle kurz So dann kann ich ihm nochmal Dings reingeben Drei Naja drei ist das Maximum was ich bekommen kann Komm dann mach ich drei So Tisch Tisch Und Ja Ich hab ihn Puh Ich hab euch offenbar unterschätzt Ich geb mich geschlagen Gut Dann würde ich sagen bei den Nächsten beiden Turnieren geht's im nächsten Part weiter Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen Euer Heinz Peter Ciao